ja leute was geht ab mein name ist ali wieder neu auf youtube seit gestern und heute kommt wie vor 22 video ultimate seid dabei gegen 22 23 uhr ab nächste woche oder auch schon diese woche vielleicht also ab montag also ab morgen werden videos mit jan xxx kommen also seid dabei aktiviert die glocke und dass ich keine videos mehr verpasst auch weil jan xxx macht jetzt auch seit kurzem also seit gestern videos also verpasst also nicht das video mit den fifa und es werden auch manchmal so karten öffnen packs kommen und openings und mehrere sachen also aktiviert die glocke dass keine krassen videos mehr von mir verpasst und ja bis 22 23 uhr